ah ich hoffe ich kann mich noch erinnern wo die wand ist genau so auf jeden fall eine wand die was eh dieses triforce symbol drauf hat und wenn man dann da vorbeigleitet dann kommt man dahin datenbogen ja eigentlich war es jetzt so dass man dass man da rausspringt was hier vielleicht gute frage aber ganz unten ist es auch nicht obwohl kann kann eigentlich gut möglich sein oder ich bin mal darunter und schau mal wo eins ok ich will auf jeden fall ist das schild mal finden ja ich wollte mal unbedingt wissen was diese x da unten sind was die unten im abgrund sind und da war dieses bigorun schwert gleich das erste ich bin da noch vorn alles vielleicht hier oh man ganz cool aber es ist nämlich nicht das schild das ich suche und dann gibt es irgend so ein ding was man entzünden kann die beschreibung ist natürlich wieder prächtig oder ja es ist hier unten möglich total nervig dass ich das nicht weiß also ja da steht dabei das ist dann quasi das ziel immer verfolgt sind ganz coole gimmicks ach man ok die königschule habe ich jetzt schon extrem viele ok ich erinnere mich dass es quasi hier irgendwo lang ist und dann sollte dann irgendwo mal eine burg kommen die was halt kaputt ist und dann muss ich da rein schauen aber war das hier? gute frage ja hm 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 da war der 2. oder 3. Ball hm 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 Und dann hier in so lang. Anliege stelle. Hm, okay. Ja, da ist dieses Trifosymbol. Oh man, ich hasse die Dinger. Mogel mich hier durch mit. Fun. Oh man, Tom. Der Typ taucht ja eigentlich auch immer wieder auf ey. Oh fuck, man. Okay. Oh man, da hinten ist. Oh man. Ah, richtig und wichtig ey. Richtig müde an der Typ. Das ist auch immer so random auftaucht. Ja, okay. Okay, genau. Ja, genau. Ich fühle dich. Okay. So. Okay. Jetzt nehmen wir. Zack und schon sind wir Legendary. Okay. Okay.